Was sind die Wirkungen von Nikotin? Innerhalb von Momenten des Inhalierens einer Nikotin-Zigarette sind mehrere Körpersysteme betroffen. Eine plötzliche Freisetzung von Adrenalin in den Blutkreislauf führt zu einem Anstieg der Herzfrequenz und des Blutdrucks. Das Atmungssystem kann gereizt werden und das Verdauungssystem kann mit Übelkeit und Durchfall reagieren. Nikotin erhöht Dopamin, die chemische Hirnchemikalie, die hauptsächlich für die süchtig machende Wirkung des Nikotinkonsums verantwortlich ist. Langfristige Auswirkungen können mein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs sowie eine verminderte Fruchtbarkeit bei Männern und Frauen umfassen. Einige der tiefgreifendsten Wirkungen von Nikotin betreffen einen sich entwickelnden Fötus. Der Blutfluss wird von der Gebärmutter und der Plazenta weggeleitet, was die Entwicklung und das Überleben des Fötus beeinträchtigt. Es besteht ein erhöhtes Risiko für spontane Aborte, vorzeitige Entbindung und vorzeitige Ablösung der Plazenta. Mütter, die während der Schwangerschaft rauchen, haben ein doppelt so hohes Geburtsrisiko. Diese Babys haben auch ein höheres Risiko für das plötzliche Kindstodsyndrom. Kinder von Müttern, die während der Schwangerschaft geraucht haben, haben ein erhöhtes Risiko für alle Krebsarten, insbesondere für die akute Lymphozytere Leukämien und das Lymphom. Die langfristigen Auswirkungen des Nikotinkonsums umfassen ein erhöhtes Krebsrisiko, insbesondere Lungenkrebs. Andere Krebsarten, die durch langfristigen Nikotingehalt verursacht werden, umfassen Krebs im Mund, Rachen und Gebärmutterhals. Raucher haben häufiger chronische obstruktive Lungenerkrankungen wie Emphysem und chronische Bronchitis. Da das Rauchen zu einer Verengung der Arterien führt, kann dies das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen. Nikotinkonsum erhöht das Risiko für hohen Blutdruck, Herzinfarkt und Schlaganfall. Raucher leiden viermal häufiger an Makuladegeneration, einer degenerativen Augenerkrankung, die zur Erblindung führt. Nikotin kann die Spermienzahl bei Männern verringern und den Eisbrun und die Implantation befruchteter Embryonen bei Frauen beeinträchtigen. Die Wirkungen von Nikotin unterscheiden sich durch die Verabreichungsmethode. Rauchen hat mehr Nebenwirkungen in Bezug auf die Atemwege als die Verwendung von Kautabak oder Raucherentwöhnungsmitteln und insbesondere eine höhere Rate von Atemwegserkrankungen und Lungenkrebs. Rauchlose Tabakerzeugnisse sind mit einem erhöhten Risiko für Hals- und Magenkrebs verbunden. Da Raucherentwöhnungshilfsmittel andere Abgabemethoden als das Rauchen oder das Kauen von Tabak bieten, müssen zusätzliche Nebenwirkungen von Nikotin in Betracht gezogen werden. Nikotinkaugummi, Inhalatoren oder Pflaster können Durchfall und Übelkeit verursachen. Das Nikotin in diesen Produkten kann Juckreiz, Brennen und Schwitzen verursachen. Dies gilt insbesondere für Raucherentwöhnungshilfsmittel, die eine Absorption durch die Haut wie Pflaster, Nikotinpastillen und Kaugummi beinhalten. Die Verwendung einer Raucherentwöhnungshilfe zu kurz vor dem Schlafen gehen kann zu lehrtaften Träumen und Schlaflosigkeit führen. Glücklicherweise stehen verschiedene Hilfsmittel zur Verfügung, um das Risiko nicht tolerierbarer Nebenwirkungen zu minimieren.